Vulgäre neue Texte für meine Balladen. Wirklich abscheulich. Best wünschte ich, ich könnte mich an ein Paar erinnern. Der Papierkrieg, den der Mann bereitet hat. Ich habe eine Truhe nur für seine Verstöße. Eine große. Ich habe ihm 20 Arten beigebracht, wie man eine Verstärkung kalt schmiedet. Einmal zeigte er mir eine etwas einfachere Methode fürs Drahtziehen. Und von da an nannte er mich seinen Lehrling. Er war ein echtes Arschloch. Ich werde ihn vermissen. Ey! Ihr seid da. Ihr nehmen gleich Abschied. Ich bin schon vielen Leuten begegnet. Du bist einer der wenigen, die ich einen Freund nennen würde. Ich hielt dich immer für eins der dümmsten Wesen, das ich je kannte. Am Ende warst du auch das Mutigste. Ohne dich ist diese Welt ein dunklerer Ort. Wir bringen ihn zu den Swertsanden. Das ist, ähm, im Sumpf bei der Fähre. Wir warten da auf euch. Verdammt. Was ist los? Ich hätte mich umziehen sollen. Ein Trauergewand, man. Sie sind nicht angemessen gekleidet. Ist schon gut. Zwerge legen bei Bestattungen nicht viel Wert auf feine Kleidung. Und Brock ganz sicher nicht. Mag sein. Trotzdem. Wenn ich's mir überlege, wie würde ich wohl mit etwas Geschmeide um meinen Halsstumpf aussehen? Etwas Gold in den Bart geflochten? Wäre doch stattlich, hm? Ich danke dir. Da, dort sind sie. Ach was, natürlich kommt er. Es ist sein Bruder. Hoffen wir's. Verlust kann viel anrichten. Du bist da. Legen wir los. Das ist ein Bruder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020